Ich werde gemessert, ich werde gemessert, ich werde gemessert. Hallo Leute, ich bin der Miro und heute geht's natürlich weiter mit Battlefield 1. Diesmal verkrieche ich mich zusammen mit dem Mitch auf die Dächer der Stadt und wir scheißen so ein bisschen auf die Objectives, wobei wir trotzdem noch unseren Teil dazu beitragen, aber seht am besten selbst. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und los geht's. Okay, Delta ist ein Typ außen. Wenn der sich nicht so ruckartig bewegen würde, wäre der tot. Macht er das bei dir auch so? Das ist wie die Daumen kiemen, Alter. Tot. Mensch, da ist noch einer unterwegs hin. Oh, Pferd! Ein Gegner ist's? Ne. Ist das Gegnerin? Ne, das ist unseres. Mein Soldat legt sich nicht hin. Oh, ich werde beschossen. Oh, ich werde vom Panzer beschossen. Und da ist ein Sniper Richtung C. Der hatte ich getroffen, oder? Ne, mich hat keiner getroffen. Sniper ist weg. Oh, lol. Mich hat ein anderer Sniper geholt. Bin bei dir. Oh ja, ich seh ihn, 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 ich seh ihn. Oh ja, der hat mich erwischt. Hm, der schießt ganz gut. Der hat mir Instant nen Headshot gegeben. Ist wahrscheinlich wieder so einer, der no snipet hier. Hab den. Okay. Oh, hier hat er einen direkt vor uns. Der liegt da in einem Graben. Genau. Ich bin runtergefallen. Scheiße, dass man hier so keine Minen hat. Als Sniper. Wir nehmen B ein, wir nehmen gerade alles ein. Wollen wir auf das ganz hohe Haus gehen, wobei das immer auch ein eindeutiges Ziel. Welches? Äh, das hier. Lass uns alle da, wo ich gerade hinlaufe. Das hat zumindest so einen Balkon quasi. Da kann man sich noch mal hinlegen. Oh, lol. Hier ist ja direkt einer. Hast du? Ja. Ja. Ah, ist besser, dass wir hier sind. Oh, da wollen wir auf den Sein Dach gehen. Da gibt's nur eine Leiter hoch. Alter. Ah, hier gibt's nur eine Leiter und Mauern anstatt diese komischen Zäune. Captain. Okay, hab ich gesehen. Das hier so ein Geben und Nehmen irgendwie. Hast du den? Nice. Ja. Den hab ich auch gerade geschossen. Oh, Sniper mal von D aus. Ist das einer von uns? Von D aus? Ja. Unsere eigenen Sniper blenden. Oh, das ist ja ein Kacke. Ja, ja. Äh, direkt auf der C-Flagge einer, der rennt. Hier kommt einer hoch. Hä? Nee, nee. Granate. Granate falsch geworfen. Aber das hört man extrem, wenn die an der Leiter sind. Oh, unter uns ist der Feuerwehrmann. Okay, also das, die Leiter hört man recht gut. Oh, hier. Das höchste Gebäude rechts von uns. 20 Meter ein Fernzeuger. Da ist einer drauf. Was? Was frisst denn der, Alter? Ich hab... Ich hab auch gesehen, wie dein Blut weggespritzt ist. Das war aber ein Nacken oder so. Also der hätte eigentlich tot sein müssen. Scheiß, dass wir hier keine Minen haben mit dem scheiß Charakter. Wir bräuchten noch einen Versorger hier mit oben. Oh, lol, da ist einer. Direkt an der Flagge. Leut. Der ist schlagartig hingelegt. Tot. Oh, oh, ich werde bewahrt. Ja, ich seh's. Scheiße. Das ist ein Versorger oder so. Der kommt jetzt Richtung... Der ist auf der Seite von unserer Leiter. Okay, dann halt ich mal die Waffe dahin. Kommt von B oder was? Getroffen, der Typ, der da mitten auf dem Feld läuft. Tot. Oh, lol. Direkt neben uns. Bist du noch am Leben? Ne, ne, ne. Ich hab... Ah, da komm ich mit Neu-Armonie, oder? Das ist halt scheiße, ne? Dass die auf den anderen Dächern noch einfach hochkommen können. Oh, Alter. Man kriegt ja nicht mal eine Meldung, wenn ihr da spawnt. Du standst einfach neben mir. Äh, Landship direkt an die C Flagge. Oh, da kann man nicht machen. In B wird eingenommen. Guck mal, ich hab dieses... Hol. Ich kann ja jetzt hier echt über die Deckung schauen mit diesem hässlichen Fernglas. Siehst du das? Ich bin hier in Deckung und kann hier rausgucken. Wie bist du das Gerät? Oh, okay. Team von uns. Oh, hier. Mitten auf der Straße. Und? Oh, lol. Hier. Nachbargebäude. Leute. Wo ist der hin? Wir geschehen hat, Alter. Die kommen ja alle her, Alter. Oh, hier. Oh, fuck, 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 fuck. Äh, in... Wo die Schüsse gerade herkamen, keine Ahnung, aber... Toll. Jetzt ist Daniel hier. Grüß dich. Als Medic. Ey, heil mich mal. You can use this to pick yourself up. Andrittsgebäude nicht. Oh, ich werde gemessert. Ich werde gemessert. Ich werde gemessert. Fuck. Ich hab den. Ich hab's überlebt. Aber wie? Ich kann nicht... Ich kann nicht später spawnen. Was der los? Ja, weil ich gerade im Gefecht war wahrscheinlich. Ich muss kurz warten. Ich hab nur noch drei Schuss. Also... Oh, fuck. Noch geht da. Oho. Hä, wieso spawnen die hier? Wo kommen die her? Können die hier hochklettern? Ich weiß es nicht. Okay, das Gebäude scheint nicht die Lösung zu sein für unsere... Für unseren Plan. Oh, lol. Was ist das? LoL. Hast du den ja? Ja. Hier wollte gerade einer von meinem Schuss fliehen, ne? Wollte runterklettern und auf einmal klettert er aus, bis er einfach da hoch. Scheiße, den hab ich ja gar nicht getroffen. Alter, wie du schießt, das sieht ja voll krass aus. Oh, wo denn jetzt schon wieder her, Alter? Nein! Der Snipe von, naja, ich kann's nicht sagen, das ist wie bei C. Aber nicht in dem Gebäude oder was? Ne, draußen, eigentlich vom Dachabdruck hinter C. Jetzt hat's Dunjo direkt neben mir weggezogen. Wow, Granate, Alter, ich bin nämlich weggebrochen. Oh ja, das ist ein anderes, oh lol, und da hat's Dunjo wieder weggebracht. Ich hab einen, aber warte mal, ich kann ja mein Pferdenglas benutzen, um zu schauen. Oh lol, ist hier ein Gegner? Oh, steht ja beim Nachladen auf, Alter, bist du dumm? Warte mal, ich guck mal mit meinem Fernglas jetzt hier drüber. Genau, mach das mal. Oh, ich hab ihn gefunden mit dem Fernglas! Was? Er ist tot! Wie geil ist das denn bitte? Achtung, ich guck nochmal mit dem Fernglas hier. Alles safe. Und jetzt unter, siehst du unter uns, die Gegner? Ja. Das sind übelst viele. Leut. Oh fuck! MG-Schütze Richtung C. Relativ nahe. Und eine geklettert hoch. Hab den. Oh, das war Daniel. Okay. Oh, Alter, der Typ ist immer noch hier. Pfff, das muss der sich denken, Alter. Ich hab den mit der... Ich hab... Ich ver-fackel den gerade. Der läuft voll in meiner... Der ist tot! Der hat übers geschrien. Oh, ich hab den Gegner gesehen, bei C auf dem Dach. Bei C auf dem Dach? Warte, ich guck mit meinem Fernglas. Und wo? Scheiße, er hat mich gehittet. Der ist direkt von hier aus hinter C. Hinter C? Ach, da! Ich seh ihn, ja. Headshot, weg ist er. Ich hab's gesehen. Alter, der ist hier... Der ist hier dumm Haus runtergefallen. Ich hab noch mal kurz nen Fuß gesehen. Der ist hinter der Palme bei C, Alter. Irgendwann im Palmenbusch oder was das ist. Ernsthaft? Ah, lo... Aua! Ja, da ist er. Oh, dir liegt noch im Medic-Paket. Ist er tot? Ich nicht, aber der ist weggerannt. Oder wurde von dem anderen weggesnackt. Kann ja nicht sein, dass er die ganze Zeit hier easy auf uns zählt und ohne, dass er ja gegeiert wird. Bei B gibt's Stress, oder? Vorbei. Das war's dann für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr jetzt zurzeit von den Klassen haltet. Weil ich finde eigentlich den Medic, was ja normalerweise bei Battlefield 4 meine Lieblingsklasse war, ist jetzt echt schwierig zu spielen. Aber ich komm so langsam rein. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye-bye Leute. Und ciao.